»Hat sie ihn wirklich ganz von selbst zum Tee eingeladen?« fragte Frau Morgan mit zornbebender Stimme, indem sie mit eingestemmten Armen dicht vor Dorothea trat. »Ja«, antwortete diese ziemlich unmutig. »Ludwig hat gerade mit dem alten Roger gesprochen, und Hans und ich haben natürlich nichts gesagt, ehe der Pastor sich nicht direkt an uns gewandt hat.« »Ja, hört aber doch alles auf«, rief die Mutter zornig. »Sie spielt sich wahrhaftig auf, als ob sie die Herrin im Haus wäre. Sie, die selbst noch eine Fremde bei uns ist, untersteht sich ganz auf eigene Faust, Gäste einzuladen, ohne nur zu fragen, ob es einem passt oder nicht. Nein, das ist zu stark.« Sie ist eben von ihrem Elternhaus so an Geselligkeit gewöhnt, dass es ihr jedenfalls gar nicht in den Sinn gekommen ist, »Du könntest etwas dagegen haben, wenn sie unseren Pastor einlädt.« »Und ich kann auch nichts Unrechtes dabei finden, sondern freue mich im Gegenteil recht auf Morgan.« Frau Morgans Züge drückten maßlose Staunen aus, dass ihre Tochter sich erkühnte, eine eigene Meinung geltend zu machen. Während sie noch überlegte, wie sie sich angesichts dieser neuen Entdeckung zu verhalten habe, trat Luise mit dem Besen und der Kehrschaufel in die Küche. »Hatte Rotea dir schon gesagt, dass Herr Butler morgen zum Tee kommt, Mutter?« begann sie arglos. »Leider haben wir nun gar nicht an die große Bügelei gedacht, sonst hätten wir einen anderen Abend festgesetzt.« »Ich will aber tüchtig mithelfen, damit niemand unter meiner Unüberlegtheit zu leiden hat. Soll ich zuerst das vordere Zimmer in Ordnung bringen oder vor allem in der Küche mithelfen?« »Mache es ganz, wie es dir gefällt, gerade wie du es ja sonst auch ohne Erlaubnis zu tun pflegst!« antwortete Frau Morgan mit schneidender Schärfe und schlug dann zornig die Tür hinter sich zu. Luise hatte den besten Willen, stets das Rechte zu tun, aber manchmal machte sie doch auch eine Dummheit. Sie fühlte sofort, dass sie dieses Mal gegen die ihrer Schwiegermutter schuldige Rücksicht verstoßen habe. Aber das war doch immerhin kein Grund zu einer solchen Behandlung und zu der Verdächtigung, dass sie die Herrschaft im Hause an sich reißen oder eigenmächtig Neuerungen einführen wolle. Einen Augenblick blieb sie wie versteinert stehen. Noch nie war eine solch unsagbare Sehnsucht nach ihren eigenen Eltern und ihrer Schwester über sie gekommen, als gerade jetzt, wo sie merkte, wie völlig man sie hier missverstand. Es graute ihr beim Gedanken, wie hart Frau Morgan jede kleine Unklugheit beurteilte. Wie konnte sie überhaupt so weiterleben? Musste sie nicht fürchten, mit jedem Wort, mit der harmlosesten Äußerung Anstoß zu erregen? Durfte sie wirklich nicht ins Haus ihres Mannes einladen, wen sie wollte und konnte sie sich in dieser Weise knechten lassen? Sie hatte das Gefühl, als ob sie der zornigen Frau nachgehen, ihr Kerrbesen und Schaufel vor die Füße werfen und sagen müsse, »Mache nun bitte Hansens Zimmer selber rein und lass mich mit meinem Mann zu meiner Mutter, du verdienst nicht den Namen Mutter.« Was für einen Eindruck würde es wohl machen, wenn sie so etwas sagte? Sie dachte keinen Augenblick daran, solche Worte wirklich auszusprechen, aber der Teufel raunte ihr doch zu, ihrer Entrüstung auf diese Weise Luft zu machen. Jedenfalls konnte sie nur mit Mühe die aufsteigenden Tränen niederhalten, als Dorothea ihr plötzlich zu Hilfe kam. »Die Mutter meint es nicht so schlimm, wenn es auch manchmal so aussieht«, sagte sie begütigend. »Wer sie nicht kennt, meint wunder, wie böse sie ist, und im Grunde ist sie es gar nicht, es ist nur so ihre Art. Sie ist gar nicht an Geselligkeit gewöhnt, aber wenn Herr Butler erst einmal da ist, wird sie sich gewiss über seinen Besuch freuen. Die teilnehmenden Worte des sonst so schüchternen Mädchens verfehlten nicht ihren Zweck. Luise gab es auf, ihren Tränen Einhalt zu gebieten, aber sie kam sich mit einem Male nicht mehr so verlassen vor. Und in übersprudelnder Dankbarkeit gab sie ihrer Schwägerin einen herzlichen Kuss. »Du ahnst nicht, Schwesterchen, wie mir deine Worte wohltun«, sagte sie. »Ich weiß, dass Mutter mich nicht kränken will, und sie hat ja vollkommen das Recht, mich zu tadeln, wenn ich etwas Unrechtes tue. Ich sollte ihr im Gegenteil nur dankbar sein. Ich sehe ein, dass ich erst hätte fragen sollen, ob der Besuch nicht etwas stört. Aber darum wollen wir uns jetzt die Freude nicht trüben lassen, und ich meine, wir beide betrachten uns künftig als richtige Schwestern, die sich recht innig lieb haben und sich gegenseitig helfen. Ich sehne mich so sehr nach meiner Stella. Mehr wagte Luise nicht zu sagen, wollte sie nicht ganz die Fassung verlieren. Sie wandte sich hastig ab und lief die Treppe hinauf in ihr stilles Zimmerchen. Dort bag sie das Gesicht in die Hände und brach in bitterliches Weinen aus. Der heutige Auftritt war es ja nicht allein, der sie so aufregte, sondern die vielen, vielen Stichelreden, unter denen sie fast vom ersten Augenblick an hier zu leiden gehabt hatte. Ohne dass sie es sich hatte anmerken lassen, traten ihr mit einem Male alle wieder in Erinnerung. Oh, wie gut verstand es der Teufel, eine schwache Stunde zu benutzen und der armen jungen Frau das Bild ihrer Schwiegermutter in den düstersten Farben vorzumalen. Sie hat kein Recht, mich so zu behandeln, nachdem ich doch nun einmal die Frau ihres ältesten Sohnes bin und dieser doch wahrhaftig seinen rätseligen Anteil an des Tages Last und Arbeit trägt. Man muss dieser Frau einmal zeigen, dass sie nicht allein auf der Welt ist. Bis jetzt hat sie jeden beherrscht, der an ihre Nähe gekommen ist und es ist meine Pflicht, ihr die Augen zu öffnen. Ich bin es meiner Stellung schuldig, jetzt zu ihr hinunterzugehen und ein offenes Wort mit ihr zu sprechen. Ich muss wissen, ob ich hier im Haus die Rechte einer verheirateten Tochter habe oder ob ich mich lediglich als Gast fühlen soll. Im letzteren Fall will ich gern die Mühe und Auslagen vergüten, die durch die Einladung erwachsen. Solch bittere Gedanken durchkreuzen den Sinn der jungen Frau, aber sie fühlte wohl, dass ihr demütiger und sanftmütiger Herr und Meister niemals eine solche Sprache führte. Sie hörte, wie sich noch eine andere Stimme in ihrem Innern vernehmen ließ. Du hast allerdings eine schwierige Stellung, sagte diese. Und es ist ganz natürlich, dass dir die Prüfungen besonders schwer erscheinen, weil du in so sonnigen Verhältnissen hast aufwachsen dürfen. Aber ich habe auch nie versprochen, dir jede Prüfung fernzuhalten, sondern mich verpflichtet, dass wie der Tag deine Kraft sein solle. Es hat sich dir auch noch keine übernatürliche Versuchung genaht und ich bin treu darauf bedacht, dass du nicht über Gebühr versucht werdest. Dieselbe Stimme legt es ihr auch nahe, nun ganz einfach zu der Schwiegermutter zu gehen und ihr zu sagen, dass sie unüberlegt gehandelt habe und erst hätte fragen sollen, ob es der Mutter auch recht sei, dass Herr Butler zum Tee komme. Es kostete Luise einen harten Kampf, bis sie willig war, dieser Stimme zu folgen, die sie doch so gut kannte. Wer weiß es nicht, aus eigener Erfahrung, wie oft das trotzige Herz sich sträubt, dem Herrn auf dem Wege der Selbstverleugnung nachzugehen. Alle vermeinzlichen Vorrechte aufzugeben und sich demütig zu beugen, auch vor den Menschen, die einem wehgetan haben. Endlich versiegten die Tränen der Erregung. Luise sank demütig auf die Knie und rang in heißem Gebet. »O Herr«, flehte sie, »du selbst hast den Teufel vor langer Zeit überwunden. Siehe, nun will er mich haben, aber sage du ihm, dass er mich verlassen soll. Ich erinnere dich an dein Versprechen, dass du deine Kinder nicht in der Versuchung stecken lassen willst. Hilf mir meiner Schwiegermutter in deinem Geiste zu begegnen, damit sie nicht für mich, sondern für dich gewonnen werde.« Wenige Augenblicke später stand Luise in der Küche vor ihrer Schwiegermutter und in ihrem Gesicht malte sich ein solch himmlischer Friede, dass Dorothea nicht den Blick von ihr wenden konnte. »Es war sehr unüberlegt von mir, Mutter, dass ich Herrn Butler eingeladen habe, ohne die Sache vorher mit dir zu besprechen«, sagte Luise einfach. »Wenn du es mir verzeihst, will ich es ganz gewiss ein anderes Mal nicht wieder tun. So sagt mein Schwesterchen immer, wenn sie etwas Ungeschicktes gemacht hat. »Und dann wollte ich dich noch fragen, Mutter, ob ich einige meiner Bilder ins Wohnzimmer hängen darf? Sie liegen gar so unnütz oben in meinem Koffer.« »Natürlich!« entgegnete Frau Morgan. »Hänge so viel auf, als du willst und sieh, ob du das vordere Zimmer etwas gemütlicher machen kannst. Ich habe mir übrigens überlegt, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn Herr Butler morgen kommt. Zu essen ist genug da und mit der Bügelei werden wir auch noch zur rechten Zeit fertig. Mit diesen Worten verschwand sie abermals aus der Küche, denn sie hatte das Bedürfnis, sich in der frischen Luft etwas zu erholen. War es ihr doch in ihrem ganzen Leben noch nicht vorgekommen, dass jemand sie um Verzeihung gebeten hatte. »Ich hätte das nicht über die Lippen gebracht, nach allem, was die Mutter ihr gesagt hat«, sagte Dorothea, als sie wieder allein war. »Ich weiß nicht, was für eine sonderbare Frau Ludwig hat, aber lieb muss man sie haben.« Nachdem Luise im Wohnzimmer gründlich gekehrt und den Staub gewischt hatte, überlegte sie, wie weit sie, ohne Anstoß zu erregen, Änderungen vornehmen dürfe. Um es einigermaßen gemütlich zu machen, hätte sie jedem einzelnen Möbel einen anderen Platz anweisen müssen. Während sie noch sinnend dastand, kam ihr Mutter Morgan zur Hilfe. »Die Vorhänge sehen schmählich aus«, sagte sie. »Ich habe längst schon neue kaufen wollen, aber wie es so geht, was nicht unbedingt nötig ist, verschiebt man von einem Tag zum anderen.« »Ich freue mich sogar, dass du noch keine angeschafft hast«, wandte Luise lebhaft ein. »Denn ich habe in meinem Koffer ganz neue Vorhänge für zwei Kreuzstöcke liegen, die mir meine Mutter für mein Zimmer mitgegeben hat. Für unsere Fenster oben sind sie zu lang, aber für hier werden sie wohl passen. Darf ich sie herunterbringen?« Frau Morgans Stolz sträubte sich dagegen, von ihrer Schwiegertochter etwas anzunehmen, und doch wusste sie nicht recht, wie sie das herzliche Anerbieten ablehnen sollte. »Behalte deine Sachen nur für dich. Ich kann mir gut Vorhänge aus der Stadt kommen lassen«, sagte sie endlich. »Oh, tu mir den Gefallen und lasse mich die meinigen herunterholen. Ich werde dann dadurch immer an daheim erinnert. Wenn ich nicht irre, passen sie prächtig zum Teppich.« Kurz, Luise verstand die Sache so hinzustellen, dass Frau Morgan das Gefühl hatte, als ob sie ihrer Schwiegertochter schließlich einen Gefallen tue, wenn sie die Vorhänge annahm. »Es ist zu schade, dass man heutzutage nicht mehr solch große, bequeme Sofas macht, wie dieses hier ist«, plauderte Luise weiter. »Ich kann mir doch nichts Gemütlicheres denken, wie wenn das schöne, altertümliche Sofa abends ans Kaminfeuer gerückt wird. Am allerbesten gefällt mir aber der schöne, geschnitzte Tisch. Ist es möglich, dass er ganz aus Mahagoni ist? Jedenfalls muss er schon sehr alt sein.« »Ja, das ist er«, entgegnete Frau Morgan mit sichtlicher Befriedigung. »Er stammt aus der Jugendzeit meiner Mutter, die ihn von ihrem Vater als Hochzeitsgeschenk erhalten hat. Meine Mutter hat ihn hoch in Ehren gehalten und ihn oft eine halbe Stunde lang mit einem seidenen Tuch gerieben, bis er blank war. Hier in der Nachbarschaft gibt's jedenfalls keinen zweiten so alten und wertvollen Tisch.« »Das musst du meiner Schwester Stella erzählen, wenn sie hierher kommt«, sagte Luise eifrig. »Sie hat eine ganz besondere Vorliebe für alte Sachen und kann stundenlang zuhören, wenn sie etwas von den früheren Besitzern derselben erfahren kann.« »Ist deine Mutter schon lange tot?« »Ich war in Dorotheas Alter, als sie starb. Ihr zuliebe habe ich den Tisch immer besonders geschätzt und ich hätte ihn später gern Dorothea geschenkt, aber ihr liegt nichts daran. Sie findet ihn abscheulich und möchte ihn je eher, je lieber in die Rumpelkammer stellen. Deine Schwester muss anders geartet sein, als die jungen Mädchen heutzutage, wenn sie Freude an alten Dingen hat.« »Das kommt wohl daher, weil unsere Großmutter erst vor kurzem gestorben ist und wir sie sehr lieb gehabt haben. Natürlich hat sie uns viel von früheren Zeiten erzählt und uns dadurch die Vergangenheit lieb gemacht.« »Meine Mutter sagt, gewöhnlich lernt man den Wert der früheren Zeit erst schätzen, wenn man selbst alt ist und weiße Haare hat.« »Das ist wahr«, stimmte Frau Morgan aus innerster Überzeugung zu, während Dorothea ihre Schwägerin mit großen Augen ansah. »Wie gräulich waren ihr diese alten Möbel bisher vorgekommen und nun fand die feine Stadtdame Gefallen an ihnen.« Sie traute ihren Ohren kaum und doch trug alles, was Luise sagte, so sehr den Stempel der Wahrheit, dass ihr gar nicht der Gedanke kam, dass Luise anders sprechen würde, als sie dachte. Und das konnte die junge Frau auch tatsächlich nicht. Lieber hätte sie den Mund nicht aufgemacht, als ihren Herrn und Meister durch unwahre Redensarten zu betrüben. »Glaubst du, Mutter, dass Hans Zeit hätte, mir beim Aufhängen der Bilder zu helfen?« fragte Luise weiter. »Hans?« wiederholte Frau Morgan erstaunt. »Wie kommst du nur auf den Gedanken, dass er dir helfen soll? Der Vater würde ihn schon hereinlassen, aber ich glaube schwerlich, dass Hans sich zu irgendwelchem Dienste bereit findet.« »Das bezweifle ich gar nicht,« versetzte Luise fröhlich. »Denn er hat es mir versprochen. Er hat übrigens meine Einladung des Pfarrers unterstützt und es ist darum nicht mehr als billig, dass er sich auch an den Vorbereitungen beteiligt.« »Versuchen kannst du es. So viel ich weiß, arbeitet er in der Scheune. Und dem Vater will ich ihr schon sagen, dass wir ihn im Hause brauchen. Sieh, dass du das Zimmer ein wenig gemütlich machst. Meinetwegen darfst du alle Möbel umstellen, wie es dir gefällt.« Nach diesen inhaltsschweren Worten verließ Frau Morgan das Zimmer. Luisens demütige Abbitte hatte ungeahnte Früchte gebracht und dazu kam noch, dass es der Mutter innerlich wohltat, wenn sich jemand ihres Sorgenkindes annahm. Welche Beruhigung wäre es ihr, wenn Hans sich dazu verstände, gerade am Dienstagabend zu Hause zu bleiben, an dem sich seine liederlichen Freunde regelmäßig im Wirtshaus versammelten. Sie ließ sich ja nicht anmerken, wie viel Sorge sie sich um ihren jüngsten Sohn machte, aber ihr Schmerz war deshalb nur umso bitterer, weil sie allein damit fertig werden wollte. Manchmal wäre es ganz gut, wenn wir sehen könnten, was im innersten Herzen eines nach außen so kalt scheinenden Menschen vor sich geht. Wir würden oft ein ganz anderes Urteil über unsere Nächsten gewinnen. Zu Frau Morgans nicht geringer Verwunderung folgte Hans dem ersten Ruf, seiner Schwägerin, wenn er auch nicht unterlassen konnte, in mürischem Ton zu bemerken. Warum rufst du denn nicht Ludwig, wenn du etwas getan haben willst? Hatte Luise dies tatsächlich nicht gehört oder wollte sie die unfreundliche Rede mit Stillschweigen übergehen? Jedenfalls empfing sie ihn sofort mit der Frage, Kannst du Nägel gerade einschlagen, Hans? Ludwig ist nicht imstande, einen Nagel vernünftig festzuschlagen. Gewöhnlich klopft er sie alle krumm. Das wäre noch schöner, wenn ich keinen Nagel gerade einschlagen könnte, antwortete Hans etwas verächtlich. Und ich war auf keiner hohen Schule. Ich auch nicht und doch kann ich es. Nur bin ich nicht groß genug, um so hoch an die Wand hinauflangen zu können. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, holte Hans einen alten Stuhl herbei, stellte sich darauf und machte sich an die Arbeit. Mit großer Genauigkeit maß er mit den Augen ab, damit die verschiedenen Bilder nicht zu hoch und nicht zu tief hingen. Und Luise sprach so herzlich ihre Bewunderung über sein vorzügliches Augenmaß aus, dass das Gesicht des jungen Mannes sich mehr und mehr aufhellte. Wer ist dies? fragte er plötzlich, als sie ihm ein liebliches Mädchenbild reichte. Das ist meine Schwester Stella, entgegnete Luise mit einem gewissen Stolz. Nicht wahr? Sie ist hübsch? Im Frühjahr wird sie mich wahrscheinlich besuchen und ich hoffe, dass ihr beide recht gute Freunde werdet. Ich? Ja, du! Sie interessiert sich für alles und es gibt hier auf dem Land eine Menge Dinge, von denen sie bis jetzt keine blasse Ahnung hat. Ich rechne dabei auf dich, dass du ihrer Unwissenheit zu Hilfe kommst und ihr alles Schöne erklärst. Ohne zu antworten hing Hans das Bild an die Wand und betrachtete es dann lange. Unwillkürlich fragte er sich, was seiner Schwägerin wohl einfiel, dass sie meinte, er könnte diesem entzückenden Geschöpf irgendwie helfen. Und doch meinte Luise es vollkommen ernst. Sie hatte das Gefühl, als ob die beiden sich gegenseitig von großem Nutzen sein könnten. Stella konnte durch ihr sonniges Wesen den grießgrämigen Hans beeinflussen. Und selbst Hans konnte auf mancherlei Weise einen heilsamen Einfluss auf Stella ausüben. Die kluge Frau hatte sich schweren Herzens von dem Bilde ihrer Schwester getrennt. Aber sie tat es in der bestimmten Hoffnung, dass dasselbe auf ihren Schwager Eindruck machen werde und darin hatte sie sich nicht getäuscht. Auch die anderen Bilder waren sorgfältig ausgewählt worden und sollten einen bestimmten Zweck erfüllen. Unter anderem stellte ein Bild eine große goldgerenderte Bibel dar und ringsherum standen die Worte »Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen Gottes.« Darunter war in kleinerer Schrift zu lesen, »Auf dass ihr das ewige Leben habt durch den Glauben an den Namen seines Sohnes.« Stella hat dieses Bild gestickt, sagte Luise beiläufig. »Ist es nicht hübsch?« »Ich denke, aber ich verstehe mich nicht darauf, was hübsch und was nicht hübsch ist.« »Oh doch, du weißt ganz genau, ob etwas hübsch ist, so gut wie jeder andere Mensch. Aber ich wollte dich noch etwas anderes fragen. Was ist das für eine gesellige Zusammenkunft, die für kommenden Freitag verkündigt worden ist? Ist sie weit von hier?« »Nein, ungefähr eine Stunde.« »So, dann können wir hinlaufen, nicht wahr? Ich bin nicht schlecht zu Fuß und wenn der Mond scheint, muss es hübsch sein zu gehen als zu fahren.« Fast wäre der Stuhl umgefallen, so heftig wandte sich Hans seiner Schwägerin zu und sagte, »Wir gehen nie zu diesen Zusammenkünften.« »Warum nicht?« »Nun, weil wir keine Lust haben.« »Sind sie denn nicht unterhaltend?« »Das weiß ich nicht, denn wir sind noch nie hingegangen. Die Eltern können derlei Unterhaltungen wie so viele andere Dinge nicht leiden. Warum können sie sie nicht leiden? Aus verschiedenen Gründen. Schon weil bei denselben viel Staat gemacht wird und Mutter ist doch der Ansicht, dass man das ganze Jahr hindurch ein und dasselbe dauerhafte Kleid tragen sollte. Überdies wird bei diesen Zusammenkünften getanzt und die Eltern meinen, dass das Tanzen die Sünde sei, von der es in der Bibel heißt, dass sie nicht vergeben werden könne. »Ist es wirklich wahr, dass dort getanzt wird?« »Ja«, erwiderte Hans etwas spöttisch. »Wenigstens erzählt man es sich. Nicht wahr? Jetzt kehrst auch du voll Entrüstung, sollten Unterhaltungsabend in den Rücken. Tanzt Herr Butler auch?« Darüber lauten die Berichte verschieden. Die einen sagen, dass er mit dem jungen Volk tanzt, ehe die Älteren kommen, und die anderen sagen, dass er lediglich den bewundernden Zuschauer spielt. »Ich weiß nur nicht, zur Welt der Klasse Sünder er eigentlich gehört. Hältst du das Tanzen auch für Sünde?« »Mir scheint, dass dieses Bild schiefhängt«, bemerkte Luise, indem sie die Frage ihres Schwagers unbeantwortet ließ. »Ich denke, es sollte etwas mehr nach rechts gerückt werden. Sieh dir das Bild genauer an und sage, wie es dir gefällt. Ludwig kann sich nicht dafür erwärmen, aber ich zähle es zu meinen Lieblingsbildern. Was nun den Unterhaltungsabend betrifft, so meine ich, dass wir, du, Ludwig, Dorothea und ich am nächsten Freitag uns die Sache einmal ansehen sollten. »Du hast meine Frage nicht beantwortet«, wandte Hans ein. »Welche Frage? Betreffs Distanzens?« Diese Frage lässt sich schneller stellen als beantworten. Sie hängt so eng mit anderen Fragen und Antworten zusammen, dass wir heute nicht mehr zum Vorhängeaufmachen kommen würden. Erlaube mir nun eine Gegenfrage. Erwartest du, dass ich das Tanzen billige? Nein. Und warum nicht? Nun, weil, weil es gar nicht zu euch Frommen passt. Kennst du keine Frommen, die darüber anders denken? Doch. Aber es sind solche, die mir mehr wie Zerrbilder vorkommen. So bist du also der Ansicht, dass wahrhaft fromme Leute das Tanzen nicht billigen sollten? Das habe ich nicht gesagt. Entgegnete Hans erregt. Da ihm bei der Sache aber offenbar nicht ganz wohl war, sagte er mit bedeutungsvollem Lächeln, »Ich denke, wir sollten jetzt die Vorhänge aufhängen.« Als Dorothea sich am Abend das Wohnzimmer besah, war eine solche Änderung mit demselben vorgegangen, dass sie ihren Augen nicht traute. War es wirklich dasselbe Zimmer, das ihr sonst als der Inbegriff alles Hässlichen und Ungemütlichen erschienen war? Und was für Zauberkünfte hatte die junge Schwägerin angewandt? Nichts weiter, als dass sie da einen Stuhl bequem hingestellt, dort das Kanapé in die richtige Ecke geschoben und bald da, bald dort ein niedliches Deckchen angebracht hatte, teils um eine schadhafte Stelle auf den Polstermöbeln zu bedecken, teils nur, um es recht behaglich zu machen. Wie kamen da all die reizenden Schutzdeckchen zur Geltung, die Stella seinerzeit mit solcher Geringschätzung betrachtet hatte? An den Wänden waren hübsche Bilder und Bibelsprüche angebracht, dazwischen ein Eckbrettchen oder dergleichen. Am vorteilhaftesten wirkten wohl die schönen Wollvorhänge, die mit ihren gefälligen Falten manch Unschönes verbargen. Auf dem geschnitzten Tisch lagen einige hübsch gebundene Bücher mit nicht weniger anziehendem Inhalt und auf einem Seitentischchen, das Luise aus ihrem Zimmer geholt hatte, prangte eine selbstgezogene Hyazinthe. Das helle Kaminfeuer verbreitete nicht nur angenehme Wärme, sondern trug mit seinem matten Licht nicht wenig zur Gemütlichkeit bei. Aber Luise hatte sich nicht damit begnügt, ihren guten Geschmack und ihre Geschicklichkeit walten zu lassen. Oh nein, sie hatte noch mehr getan. Mitten unter aller Arbeit besprach sie sich mit ihrem Herrn und Meister und bat ihn um seinen Segen zu ihren Bemühungen. War es ihr doch vor allem darum zu tun, ihm Seelen zuzuführen? Wie lagen ihr ganz besonders die Seelen ihres Schwagers und ihrer Schwägerin am Herzen? Und welch segensreichen Einfluss erhoffte sie von diesem ersten Besuch des Pastors? Ich verspreche mir nicht viel von diesem Besuch, sagte Ludwig Kühl, als seine Frau ihn bat, mit ihr gemeinsam des Herrn besonderen Segen für diesen Abend zu erflehen. Was erwartest du eigentlich so Besonderes? Ich wette, dass herzlich wenig dabei herauskommt. Das Abendessen wird ziemlich gerade so verlaufen, wie an jedem anderen Tag, höchstens, dass es durch die Anwesenheit des Fremden noch etwas steifer und ungemütlicher sein wird als sonst. Und erwartest du nicht, dass der erste Besuch des Geistlichen einen segensreichen Eindruck auf uns alle, aber ganz besonders auf Hans und Dorothea machen wird? Vielleicht beurteile ich Herrn Butler zu hart, entgegnete Ludwig. Aber mir macht er nicht den Eindruck, als ob ihm das Seelenheil seiner Gemeindeglieder besonders am Herzen liege. Er scheint nicht das Maß heiligen Ernstes zu haben, das man von einem Geistlichen verlangt. Was für ein Maß heiligen Ernstes verlangst du von einem Pfarrer? Fragte Luise. Jedenfalls mehr, als dieser junge Mann hat, erklärte Ludwig Kurz. Es scheint, dass meine Frau meint, jeder Geistliche sei schon von Amts wegen ein vollkommener Mensch. Glaubst du nicht, dass er mit denselben Sünden und Leidenschaften zu kämpfen hat wie unser Eins? Ich glaube das natürlich, aber nach deinen vorigen Worten zu schließen, musst du darüber anders denken, entgegnete Luise. Ich habe mich soeben gefragt, wie viel ernster es ein Geistlicher nehmen muss, als zum Beispiel du oder ich. Die Kirche stellt doch sicherlich in dieser Beziehung höhere Ansprüche an ihn als an uns. bemerkte Ludwig etwas vorsichtig, denn er merkte wohl, dass er sich auf gefährlichem Boden befand. Mag sein, dass die Kirche höhere Ansprüche an ihn stellt, aber doch sicherlich nicht unser Heiland. Ich habe schon Leute sprechen hören, als ob für die Geistlichen ganz andere Gesetze beständen als für die übrigen Christen. Und doch muss auch er sich nach derselben Bibel richten und sich von demselben Heiligen Geist leiten lassen wie wir. Aber ich möchte dich noch etwas anderes fragen. Du sagtest vorhin, dass du nicht viel von diesem Besuch erwartest. Glaubst du nicht, dass derselbe auf jedes Glied unserer Familie den einen oder anderen Eindruck machen wird, entweder zu Gunsten oder zu Ungunsten des Glaubens? Jemand, der in solch naher Beziehung zur Kirche und zu den Gebetstunden steht, muss unwillkürlich einen besonderen Einfluss ausüben. So habe ich also eigentlich doch recht, dass ein Geistlicher aus seine Gemeindeglieder einen ganz anderen Einfluss hat, als wir Laien haben, sagte Ludwig. Denn du musst doch zugeben, mein Herz, dass wir gut in eine Gesellschaft gehen können, ohne auf die religiösen Ansichten unserer Umgebung irgendwelchen Eindruck zu machen. Luise schüttelte den Kopf. Dem Geistlichen mag es durch seine Stellung leichter werden, aber ich halte es nicht für richtig, wenn ein Diener des gleichen Herrn oder doch mit solchen, die es sein sollten, zusammen ist, ohne für seinen Herrn in bestimmter Weise Zeugnis abzulegen. Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich noch nie die geselligen Zusammenkünfte betrachtet, versetzte Ludwig Ernst. Aber nun lebe wohl, mein Herz, der Vater wartet gewiss schon lange auf mich. Um die Bewirtung des Gastes brauchte Luise sich nicht zu kümmern. Sie wusste, dass ihre Schwiegermutter aufs Beste sorgen würde, das gut zubereitet war, was auf den Tisch kam und das alles tadellos sauber war. Aber es war ihr durchaus nicht einerlei, wie Dorothea sich für den Abend anzog. Gerade als sie die Treppe hinuntergehen wollte, sah sie durch des jungen Mädchens halboffene Türe wie dieses einen roten Schlips umband, der sie so unvorteilhaft wie nur möglich kleidete. Glaubst du nicht, dass es hübsch wäre, wenn du etwas duftige Spitze in dein Kleid einreitest? wagte Luise vorzuschlagen. Ich weiß es wohl, entgegnete Dorothea und riss heftig den bewussten Schlips herunter. Aber ich habe keine, ich kann diesen Schlips nicht ausstehen. Mutter hat ihn mir auf den letzten Jahrmarkt gekauft, bloß weil er billig war und das ist auch sein einziger Vorzug. Warte, ich hole dir etwas Spitze. Sie ist ganz billig, billiger als der Schlips und überdies lässt sie sich waschen wie ein leinener Kragen. Dies war wieder für Dorothea eine ganz neue Offenbarung, denn ihrer Meinung nach musste alles, was hübsch war, auch unbezahlbar teuer sein. Während Luise die Spitze in das Kleid einreite, betete sie inbrünstig zu Gott. Ach was, sagst du, man wird doch nicht wegen einer Spitze beten. Und warum nicht, lieber Zuhörer? Wenn du Spitze tragen darfst, dann darfst du auch über sie mit dem himmlischen Vater reden, der die Lilien kleidet und die Haare auf deinem Haupt zählt. Ja, Luise betete, dass die Spitze dazu beitragen möge, Dorotheas Selbstgefühl etwas zu heben und dadurch ein wirksames Mittel gegen die entsetzliche Schüchternheit werde, die der Teufel so gut auszubeuten verstand. Während man im Haus Morgan dem drohenden Gast mit sehr geteilten Gefühlen entgegensah, konnte sich auch Herr Butler eines gewissen Unbehagens nicht erwehren. Er hatte von der Unzugänglichkeit der Familie gehört und was er von Herrn Morgan und selbst von Ludwig gesehen hatte, war so wenig ermutigend, dass er sich nicht viel von dem Abend versprach. Nur zu der sanften, liebenswürdigen Fremden fühlte er sich hingezogen. Aber alle seine trüben Vorahnungen sollten sich nicht erfüllen. Wenn auch Frau Morgan sich wie gewöhnlich in steife Zurückhaltung hüllte, so merkte man doch ihrer Begrüßung an, dass der Fremde ihr wirklich willkommen war. Und selbst Dorothea schien ihre peinliche Schüchternheit etwas abgeschüttelt zu haben und war natürlicher, als man erwartet hätte. Die liebliche blonde Nellie aber eroberte sofort das Herz des jungen Geistlichen. Es dauerte nicht lange, so saß sie auf dessen Schoß und damit war auch Herr Morgan gewonnen. Nellie war nämlich sein besonderer Liebling und wer der Kleinen eine Freundlichkeit erwies, durfte bestimmt auf das Wohlwollen des sonst so abweisenden Vaters rechnen. Als Luise vor dem Abendessen einen Augenblick mit Herrn Butler allein im Wohnzimmer war, ergriff sie die Gelegenheit, um ihm einen flüchtigen Einblick in die Verhältnisse zu geben. Mein Mann und ich sind die einzigen im Haus, die den Heiland kennen, und wir rechnen auf ihre Hilfe, Herr Pastor, um meinen Schwager und meine Schwägerin für den Herrn zu gewinnen. Haben sie unter den jüngeren Gliedern ihrer Gemeinde entschiedene Christen? Leider kann ich ihnen keine befriedigende Antwort geben, entgegnete Herr Butler etwas zögernd. Es ist entsetzlich schwer, den jungen Leuten beizukommen, sie scheinen für alles andere mehr Sinn zu haben als für den Glauben. So kommt es, dass kaum einer in der ganzen Gemeinde ist, den ich mit gutem Gewissen einen entschiedenen Christen nennen könnte, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenigstens meint er es ernst, dachte sich Luise, und dann wird der Herr ihm sicherlich einen Weg zeigen. Ehe sie aber das Gespräch weiterführen konnte, wurden sie zum Abendessen gerufen. Zu Luisens großer Freude und Erleichterung hatte sich auch Hans im Sonntagsstart und mit gebürsteten Haaren eingefunden. Ehemann es sich versah, war alsbald unter den Herren eine lebhafte politische Unterhaltung im Gange, an der sich selbst Hans eifrig beteiligte. Ja, es traf sich sogar, dass er dieselbe Ansicht wie Herr Butler vertrat, während Vater Morgan und Ludwig einen anderen Standpunkt behaupteten. Luise schien aufmerksam zuzuhören, dabei aber entging ihr nicht, mit welch augenscheinlicher Zufriedenheit die Eltern ihren jüngsten Sohn zum ersten Mal ein selbstständiges Urteil aussprechen hörten. Später wurde die Unterhaltung allgemeiner und die Zeit verging wie im Flug und alle waren sichtlich befriedigt von dem gemütlichen Zusammensein. Eins nur tut mir leid, sagte Luise, als sie zur Ruhe gingen zu ihrem Mann. Ich habe so gehofft, dass er zum Schluss noch einige Verse aus der Bibel lesen und beten werde und ich bin ganz erstaunt, dass er es nicht angeregt hat. Ja, als Geistlicher hätte er es gut tun können, antwortete Ludwig. Wenn du ihn nur daran erinnert hättest, hast du nicht verstanden, weshalb ich dir alle die Zeichen machte? Das wäre meines Vaters Sache gewesen, nicht die meinige. Das wäre mir befallint, dass ihm das nicht mehr verbunden hat. Es 3.kte実惠 von einem Zucker in der Bibel Erweiss Vertraue und jetzt Ben mit kanske D